Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich dachte gerade an meine Mutter. Wie war sie so? Wunderschön. Gebrochen. Wer ist das? Das ist Angel, die schönste Frau westlich der Rockies. Ich will sie treffen. Was darf es denn sein, Mister? Ehrlich gesagt bin ich nicht hier und nicht dafür. Du willst nicht heiraten, um mich hier rauszuholen und mir ein besseres Leben zu bieten? Gib solchen Gefühlen niemals nach. Sie werden nur dein Glück zerstören. Ich schenke euch einen Engel. Hey, das Leben, das du geführt hast, war nicht deine Wahl. Aber du kannst deine Zukunft entscheiden. Sie liebt mich nicht. Sie putzt dich aus. Du hast keine Ahnung, wie sie ist. Hör endlich auf zu glauben. Ich könnte eine normale Frau werden. Das ist der Weg nach Haus. Du kannst dich entscheiden.